Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Töpfe. Das High-End-Produkt in unserem Topftest geht an das WMF Diadem Plus. Die Profilgriffe aus Chromagern sehen schick und hochwertig aus, sind unverwüstlich sowie Spülmaschinen und Backenofenfest. Sie sind punktgeschweißt und dadurch unlösbar mit dem Topf verbunden. Der WMF Transterm Allherdboden besteht aus einem starken Aluminiumkern, der rundherum in eine Chromstahlkapsel eingeschlossen ist. Der Boden ist für alle Herdarten geeignet, denn der für die Kapsel verwendete Chromstahl ist magnetisch. Der Boden ist bombiert, das heißt er erhält eine leichte Wölbung nach innen. Der nach außen gestellte Rand erlaubt das zielsichere und dosierte Abgießen von Flüssigkeiten. Außerdem erleichtert der breite Schüttrand das Ausgießen ohne zu kleckern. Der Steckdeckel sitzt fest im Topf und ist ideal für wasserarmes Garen. Dabei kondensiert der aufsteigende Dampf am Deckel und tropft als Wasser in den Topf zurück. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der N8 Werktopf. Zeigt an, wann die optimale Kochtemperatur erreicht ist und der Kochprozess starten kann. Für Kochergebnisse direkt auf den Punkt. Die Innenbeschichtung des N8 Werk Aluguss Kochtopfs bietet die qualitativ beste Beschichtung für die allerhöchsten Anforderungen in der eigenen Küche. Perfekt für fettarmes Kochen ohne Anbrennen. Dank der Silikonumrandung des Glasdeckels entsteht kein Klappern und es gibt kein Verrutschen. Der N8 Werk Aluguss Kochtopf ist für alle Herdarten, auch Induktionsherde, geeignet und hält Backofentemperaturen von bis zu 150 Grad stand. Dank der Bodenstärke von 4,5 bis 5 mm und der Möglichkeit, den Aluguss Kochtopf in der Spülmaschine zu reinigen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Topftest ist der Verlord-Topf. Dies ist eine Schmorpfanne 28 cm hoher Rand. Sie können damit Steaks und Hähnchenschenkel braten oder zum Eintopfen von Suppen verwenden. Das Wichtigste ist die energiesparende Technologie. Mit dem PFOA-freien Antihaftbeschichtungsmaterial von American Whitford verfügt der Topf über eine hervorragende Antihaftleistung und Verschleißfestigkeit. Die zweilagige, strapazierfähige Beschichtung ist nicht leicht abzufallen, ungiftig und lässt sich gleichzeitig leicht abwaschen. Besteht aus hochwertigem, ultrahaltbarem Aluminium, das eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung gewährleisten kann und sehr leicht ist. Um sicherzustellen, dass der Kochtopf beim Transport nicht beschädigt wird, haben wir eine speziell angepasste Anti-Drop-Verpackung. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.